Neues von iPhone und iPad in San Francisco stellt Apple die nächsten Generationen vor. iPhone 6s und 6s Plus bieten schnellere Prozessoren, verbesserte Kameras für ultrahochauflösende 4K-Videos und berührungsempfindlichere Bildschirme. Nutzer können zudem aus Fotos kleine GIF-Animationen erstellen. Dazu zeichnet das iPhone den Ton mit auf. Gewaltiger fallen die Veränderungen beim iPad aus. Hier bringt der US-Technikkonzern ein deutlich größeres Tablet mit einem fast 13 Zoll großen Display raus. Das iPad Pro soll bis zu 10 Stunden lang laufen und sich mit laptopartiger Rechenkraft für den Einsatz in Büros eignen. Zur Eingabe können auch eine Tastatur genutzt werden und der neue Computerstift Apple Pencil. Auf den Markt kommen sollen die neuen Mobiltelefone von Apple ab dem 25. September. In Deutschland kostet das iPhone 6s ab 739 Euro und das 6s Plus ab 849 Euro. Das iPad Pro und sein Zubehör sind für November angekündigt. In den USA soll es das Tablet ab 799 Dollar geben. Die iPhones sind die wichtigsten Umsatzbringer von Apple. Nach der Vorstellung der neuen Produkte gibt die Aktie des Unternehmens zunächst leicht nach. Die Ausbildung der neuen Produkte werden die Straßenverteneinninigen. Vielen Dank.